So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play, die Sims 3 100 Baby Challenge Part 12, glaube ich. Ja, ich bin immer noch krank, aber mittlerweile hat sich das alles mehr in meine Lunge verlagert. Das heißt, ich dürfte eigentlich jetzt nicht mehr so furchtbar neslich klingen, aber es könnte sein, dass zwischendurch meine Stimme etwas komisch klingt oder ich husten muss oder so, dann tut mir das sehr leid. Ich habe schon wieder vergessen, den Timer zu stellen, typisch ich. Und ich komme gerade gegen mein Mikro, weil es irgendwie zu nah dran ist, ich hoffe. Das war jetzt nicht zu anstrengend für euch. Äh, Moment. Also, ich habe jetzt einfach direkt da weitergemacht, wo ich das jetzt mal aufgehört habe, glaube ich. Ich habe nämlich zwei Dateien gespeichert, um sicher zu gehen, falls die Enddatei irgendwie kaputt geht. Deswegen, ja, Maya macht erstmal kurz ein Nickerchen, weil sie gerade echt nicht mehr konnte. Paul spielt. Paul muss jetzt langsam mal aufs Töpfchen gehen vor allem. Es wird Zeit. Und bald wird Paul auch schon zum Kind. Das wird eine große Erleichterung. Dann haben wir nämlich nur noch den kleinen Dean, um den wir uns kümmern müssen. Und dann können wir auch, also ich meine, um Paul müssen wir uns dann auch noch kümmern, aber den müssen wir dann nicht mehr wickeln. Und also Kram. Und, äh, dann kann sie auch mal irgendwie rausgehen wieder, weil sie hat schon die ganze Zeit dieses soziale Kontakte-Modlet, weil sie nicht mehr aus dem Haus gebracht hat. Jetzt hätte ich schon wieder das Klo kaputt gemacht. Ich kriege zu viel. Dann stopf bitte das Klo. Dankeschön. Dann kannst du baden gehen. Und dann können wir uns auch schon bald den Hank mal rüberrufen. Wenn ich die Zeit habe. Wie süß. Was machst du, Baby? Was machst du? Die spielt in dem Dings. Er hat einfach überall Spielzeug verteilt. Und gut, äh. Kein Spielzeug in Spielzeugkiste. Ja, das ist, weil er das ganze Spielzeug hier schon verteilt hat. Äh. Jean hat soweit auch nichts, also könnte sie eigentlich sich mal ein bisschen schlafen legen. Also komplett schlafen legen, würde ich sagen. Weil Nickerchen bringen in diesem Bett nicht so furchtbar viel. Er klettert immer rein in die Kiste. Dina hat Geburtstag. Oh, das habe ich gar nicht bekommen. Heute beginnt für ihn ein ganz neuer Lebensabschnitt. Warum kaufst du ihm nicht ein Geburtstagskuchen und veranstaltest eine Party? Äh. Ich glaube, eine Party machen wir dieses Mal nicht, weil, ähm. Das einfach sehr stressig wird. Und sie kennt ja auch nicht so viele Leute. Also ich meine, wen sollen wir einladen? Nick. Wer hat schon auf Nick Bock? Jetzt mal ganz ehrlich. Ähm. Wir könnten halt höchstens Jared einladen und Hank. Aber ich glaube, das ist einfach zu blöd, oder? Dann müssten wir das ganze Haus aufräumen extra vorher. Und das macht keinen Spaß. Deswegen, ähm. Würde ich sagen, lassen wir das für diesen Geburtstag erstmal. Und können uns dann ja immer noch umentscheiden. Leider hat der Kleine jetzt oft bald schon wieder Hunger. Ja, deswegen würde ich vorschlagen, dass du aufstehst. Und dann müssen wir uns auch um Paul kümmern, weil der hat langsam auch... Er braucht auch ein bisschen Liebe. So. Füttern und kuscheln und all das. Oh, nicht weinen, nicht weinen, nicht weinen, nicht weinen, nicht weinen, nicht weinen. Und dann kannst du mit ihm ein bisschen spielen. So süß. Dann kannst du ihm nochmal die Windel wechseln, damit sein Hygiene-Ding hier hoch geht. Und dann kannst du ihn wieder absetzen. Dann kannst du das dann aber machen, weil das ist auch nicht mehr schön. Ich glaube, da ist auch noch was im Töpfchen, ja. So, spielen. Die kommt irgendwie zu nix mehr, die Frau. Die ist einfach immer müde jetzt. Aber ich meine... Es ist einfach jetzt so. Ich kann's nicht ändern. Ähm. Oh, der Schnee taut. Kriegen wir etwa schon Frühling? In sieben Tagen hast du Frühling. Warum taut denn dann der Schnee? Nichts genau, das weiß man nicht. Ich glaube, ich hab die, ähm... Hab ich die... Ja, schreit doch nicht so. Ich glaube, ich hatte die in einem anderen Spiel eben... Okay, ändert? Hab ich das ja geändert? Nicht da... Das ja ist gleich geblieben bei mir, aber... Ich hab den Mondzyklus ein bisschen verschoben. Ähm... Weil mir das irgendwie zu nervig war, wenn alle... Sechs Tage wieder... Was ist? Genau, den kleinen Füttern. Super, sie macht das schon von allein. Ich muss dir gar nichts mehr sagen. Und dann kannst du wieder schlafen gehen. Und dann gehst du aufs Täpfchen. Und dann kannst du wieder ein bisschen spielen. Und dann... Wenn sie ein bisschen... Ausgeschlafener ist und... Also ich würde sagen, wenn Dean sich in die Windel gemacht hat, weil das ist auch alt. Dann kann sie, ähm... Dann können wir einen kleinen Kuchen kaufen. Und dann können wir Dean zum Kuchen bringen. Und ihn zu einem Kleinkind machen. Ich bin schon ganz gespannt, wie er aussehen wird. Okay. Ich geh los. Ich geh los. Ich geh los. Ich geh los. Obwohl... Lea vielleicht das hier vorher noch... Dann machen wir gleich sauber. Ja, 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 ja. Ist ja gut. Ich schrei nicht so rum. Achso, bevor wir das machen, können wir den anderen kleinen Racker ins Bett legen. Dann muss ich mir nicht mal drauf achten, dass der keinen Blödsinn macht. Oh, jetzt schreit der auch noch. Was ist denn los? Was ist denn hier los? Legt Paul ins Bett. Und da... Kaufen wir schon mal einen Kuchen. Kuchen. Kuchen, Kuchen. Und dann wird Dean... ...geputzt da kam. Obwohl, ich glaube, ich stehe den Kuchen lieber dahin. Da kann man schönere Fotos machen. So. Dean, Sunshine. Los geht's, los geht's, los geht's, los geht's, los geht's. Oh, so aufregend. Er wird bestimmt rote Haare haben. Was machst du da? Wo schielst du hin? Hallo? Ähm... Maya. Maya. Okay. Na, tut mir leid, Dean. Deine Mutter ist leider besessen. Das wird wohl nichts für den Geburtstag. Maya, mach doch jetzt mal bitte... Das habe ich schon wieder den entscheidenden Moment gefasst, weil ich vorgespürt habe, ich Dully. Warum guckst du denn schon wieder so genervt? Die guckt immer so genervt. Was die immer für einen Blick drauf hat. Ja, geh mal malen, solange... ...dass der Kleine sich hier verwandelt. Ja! Dean ist sein Kleinkind. Uh, direkt... Wir gehen direkt in den... ...Stylisten, um zu gucken, wie er aussieht. Oh, ich bin so aufgeregt. Wie er wohl aussehen wird. Hi, Bibi. Oh, er hat so schöne Augen. So schöne Augen. Die Haare können wir eigentlich so lassen, oder? Also ich meine... Er muss ja nicht genauso aussehen wie sein Bruder. Können die mal was anderes anziehen, weil das sieht mir irgendwie ein bisschen zu kalt aus. Wir haben ja gerade auch Winter. Deswegen, ähm... Das ist mir auch alles zu kalt. Pulli. Wir ziehen ihm so einen Pulli an, oder? Auch Pulli ist für drin, vielleicht auch zu warm. Wir ziehen ihm das hier an. Mr. Nice Guy. Das ist es. Und die Hose kann er anhalten, aber er braucht Socken. Socken. So. Zack. Haben wir auch rote? Ach so, nee. Ich mag die weißen lieber. Okay. Dann. Entschuldigung. Ich hoffe, ihr habt das nicht so laut gehört. Dann, ähm... Zieh ich ihm nochmal eben... Obwohl, Armkleidung ist eigentlich egal, weil... Wir werden höchstwahrscheinlich mit den Kindern nicht auf eine Party gehen. Das ist zu kalt. Für einen Winter Schlafanzug, meine Damen und Herren. So geht das nicht. Das ist schon besser. Schön warm. So. Badekleidung ist eigentlich auch wurscht, weil... Wir werden mit dem wahrscheinlich auch nicht baden gehen. Outjob-Kleidung. Passt? Okay. Gut. Dann... Sind wir eigentlich good to go, würde ich sagen. So. Jetzt... Können wir ihn füttern. Wie er einfach schielt. Die schielen immer irgendwie nach ihrem Geburtstag. Ich weiß nicht warum. Aber das ist so. Ja, komm, fütter ihn. Dann können wir jetzt auf Toilette gehen. Und dann... Können wir vielleicht schon mal anfangen, ihn sprechen mal zu bringen oder sowas? Laufen. Laufen ist auch gut. Können wir laufen mal. Ein bisschen... Die Beziehung hochfahren. Warum hat sie schon wieder so schlecht erlaubt? Ach so, weil hier überall Geschenke im Spielzeug rumliegt wahrscheinlich. Das tut mir leid. Das kann ich jetzt gerade auch nicht erinnern. So süß, so süß, so süß, so süß, so süß, so süß. So süß. So süß, so süß. Ich liebe das. Ich liebe das, wenn die denen was beim... Das ist so süß. Ach! Okay, reicht. Ähm... Sie wird schon wieder sehr müde. Dann kannst du ihn... Kannst du ihn absetzen? Kannst du... Okay, Leute, ich werde jetzt eine Ausgabe... Eine Ausgabe. Ich werde jetzt Ausgaben tätigen, die manche Leute vielleicht nicht nachvollziehen können. Aber ich werde ihr jetzt ein teureres Bett kaufen. Und ich sag euch auch warum. Weil das ist echt, also wir hatten jetzt die ganze Zeit dieses Bett. Das hat Energie 5, äh 4. Also ich werde ihr jetzt eins kaufen, was irgendwie höhere Energie hat, weil das hat echt sonst keinen Wert. Sie wird einfach nicht ausgeschlafen. Davon Energie 6. Energie 7. Okay. Wir nehmen dieses Bett. Weil das sonst hat einfach keinen Wert, wenn sie die ganze Zeit irgendwie müde ist. Weil dann kriegt sie halt nichts hin und wir können nichts machen mit ihr. Deswegen lege ich sie jetzt erstmal schlafen in diesem neuen Bett. Ich hoffe, dass es ihr dann ein bisschen besser gehen wird. Er kann so lange hier ein bisschen schlimpon. Und um Mitternacht sollte hier seine Alterung auch hochgehen. Und dann können wir Paul auch direkt zu einem Kind machen. Dann haben wir das auch schon mal geklärt. Dann muss ich mir nur überlegen, wo ich für Paul ein Bett hinstelle. Weil momentan haben wir ja gar kein richtiges Kinderbett. Sondern nur so Babybetten. Oder Krippen. Oder was auch immer. Ich lasse sie jetzt mal so lange schlafen, wie es irgendwie geht. Aber eigentlich müsste ich jetzt auch schon wieder aufstehen. Weil Dean aufs Töpchen muss. Hilft alles nichts. Und wir müssen ihm das ja auch noch beibringen. Er kann das leider noch nicht alleine machen. Zack, zack, zack. Wie lange das einfach immer dauert. Okay. Ja, ja, nicht schreien. Komm. Sehr gut. Du bist fertig. Ready to go. Ready to go. Dann können wir Paul füttern. Und dann kannst du das da lernen. Und dann wird es hoffentlich bald ein bisschen entspannter hier, wenn Paul erstmal ein Kind ist. Und wir müssen uns auch echt dran halten mit dem Kinderkriegen. Weil es sind ja immer noch kein Mädchen. Und wir brauchen auf jeden Fall mindestens ein Mädchen. Weil ohne Mädchen könnten wir die Challenge verlieren. Und ich will nicht verlieren. Okay. Ich würde sprechen. Wir machen jetzt. Machen wir ihn jetzt zum Kind oder erst zum nächsten Part? Ich spieke mal, wie es mit dem Timer aussieht hier. Moment. Okay, wir haben noch drei Minuten. Ich mache das einfach jetzt in diesem Part. Weil. Why not. Achso, wir können diesen Kuchen in den Kühlschrank stellen. Und später noch was davon essen. Weil von diesem Kuchen können die echt ewig essen. Und der stillt auch den Hunger bei denen ganz gut eigentlich. Und dann kannst du Paul zum Kuchen bringen. Und dann haben wir endlich hier ein Kind. Oh, sorry. Ich bin gerade volle Karte gegen das Mikro gekommen. Ich vergesse manchmal, dass ich dieses Headset aufbaut habe. Hallo, kannst du wenigstens hierbleiben? Und kurz ein bisschen zelebrieren. Zack, das Krabbeln und auf den Hinternfallen liegen nun hinter Paul. Er ist endlich ein Kind. Zwar hat er jede Menge Arbeit und vor allem hauptsächlich Hausaufgaben vor sich. Aber wenn Paul sich anstrengt und in der Schule schön fleißig ist, wird er das Leben schon gut mit ihm ein. Da du bei der Erziehung Höchstleistungen verbracht hast, darfst du nun wählen, welches Merkmal Paul weiterentwickeln soll. Leider dürfen wir das nicht wählen, weil das ist die 100 Baby Challenge. Und wir müssen wieder randomisen, was ist mit seinem Gesicht? Oh mein Gott, bitte nicht. Familienbewusst. Oh, dann wird er sich bestimmt gut um seine Geschwister kümmern. Was? Was ist das? Warum sieht der so aus? Oh mein Gott, nein! Paul! What happened? Er ist auch noch ein... Er ist dick. Aber das ist ja nicht so schlimm. Aber was ist mit seinem Gesicht passiert? Was ist mit seinem Gesicht passiert? Oh mein Gott. Ich... Ich bin vollkommen... Entgeistert gerade. Bitte lass es irgendein komisches Make-up sein oder so. Was ist mit seinem Gesicht? Was ist mit seinem Gesicht? Warum sieht er so aus? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Paul ist... Oh nein. Oh nein. Oh Leute, ich schlag gerade drei Kreuze, dass das nicht unser Mädchen ist, ne? Mit dem wir die nächsten Kinder kriegen. Was? Wie ist das passiert? Ich verstehe das nicht. Vielleicht liegt das an der Skin, also von seiner Mutter. Das ist der Kosten-Content ihrer Haut. Ich... Ich kann's euch nicht sagen. Ich kann euch nicht sagen, was da... Ich hab das noch nie erlebt. Ich hab das noch nie erlebt, dass die so aussehen. Ehrlich nicht. Also... What the fuck? Ich bin fassungslos. Ich... Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Das kann ja nur noch schlimmer werden, je älter er wird. Ja, mein Timer kriegt gerade los, aber ich kann grad nicht. Ich kann... Ich... Ich... Oh mein Gott. Ich verstehe das nicht. Weil es wären die Haare nicht schon schlimm genug, ne? Wie er da von seinem Vater geerbt hat, aber... What's with the face? Das ist einfach nur furchtbar. Es ist so ein bisschen so ein kleiner Pummel, aber... Das ist halt... Das mit dem Pummel nicht, das kann ich ihm abtrainieren, aber das ist alles anderes. Paul. Warum nur? Unser erstes Kind. Oh mein Gott, ich hab jetzt so Angst, dass die anderen Kinder hässlich werden. Wirklich. Ich hab jetzt richtig Angst. Ich verstehe das nicht. Wie... Wie ist das passiert? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß es einfach nicht. Ich werde ihm jetzt hier ein Bett hinstellen, dem kleinen Grusel... Gruselkind. Das sieht einfach nur so scheiße aus. Und ich weiß nicht warum. Oh Mann. Wie ist das passiert? Ja komm, ich stelle ihm das hier hin. Wird zwar ein bisschen eng, aber naja. Ich glaube, seine Mutter schreckt sich nicht, wenn sie morgens aufwacht und er da drin liegt. Okay. Jetzt wird es langsam echt gemein. Ich hör auf. Kannst du das mal sauber machen, bitte, Paul. Jetzt haben wir endlich eine helfende Hand, die alles aufmachen kann. Eine nicht so schöne helfende Hand. Wirklich. Also, Leute, es ist so. Man kann ja auch Schönheits-OPs machen bei den Zins. Das gibt es ja mittlerweile. Allerdings, glaube ich, kann man das erst... Hallo Gameplay, bitte häng mich jetzt nicht auf. Dankeschön. Okay. Allerdings kann man das erst, wenn die Teenager sind, glaube ich. Oder vielleicht auch erst, wenn die Erwachsene sind. Ich glaube, erst bei Teenagern. Das heißt, sollte Paul als Teenager immer noch wie so ein Unfall aussehen, dann können wir das noch richten, wenn er dann immer noch so aussieht. Ich weiß nicht, was das Spiel da gemacht hat. Ich bin entsetzt und ein bisschen belustigt. Ja. Ich beende diesen Part jetzt. Ich muss mich erst mal ein bisschen sammeln. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ja. Bis dahin. Macht's gut. Wenn euch das Video gefallen hat, geht denen gerne einen Daumen nach oben. Und falls es noch nicht getan hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Schaut auch gerne mal auf meinem Hauptkanal vorbei. Dem verlinke ich euch auch nochmal unten in der Infobox. Jetzt kann ich schon nicht mehr sprechen, weil ich so fertig bin. Ja, komm, Nick. Die haben mir das alles so zu verdanken. Geh weg. Ja, wie auch immer. Also, ich hoffe, wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.